Ich habe eine Tasche geholt. Wie findest du die? Irgendwie. Ich finde auch die Schuhe. Der Mantel ist so groß wie ich. Caro? Ja? Ich brauche auch eine Unterhose von dir. Warum? Ich trage eine schwarze. Das ziehe ich einfach aus. Cool. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich mal ein etwas anderes Video. Ihr habt es schon mal im Titel gelesen. Ich spoilere meine Schwester heute mit Klamotten. Sie hat absolut keinen Klang. Ich habe ihr nur gesagt, wasch deine Haare. Wir drehen ein Video. Ich habe ihr Klamotten in den Wert von 600 Euro bestellt. Ich habe eigentlich überlegt, für dieses Video so ein Haul zu machen. Aber ich weiß, dass sie... Doja hilft mir extrem viel mit meinen Videos, mit Hinter den Kulissen. Eine Mantel-Support. Und mein Kleiderschrank ist absolut am... Lass es bitte nicht darüber reden, weil... Ein sehr schwieriges Thema. Because this shit is full. Ich brauche eigentlich keine neuen Klamotten. Ich habe eigentlich alles so... Was ich so brauche. Ist immer want and a need. Und ich dachte mir eher so... Maybe... Spoile ich einfach mal Doja. Hol ihr so Herbst-Essentials. Die sie sich selber einfach nicht holen würde, weil sie einfach sich nicht dafür interessiert. Ich habe ihr Schuhe geholt. Jacken und so weiter und so fort. Sie hat echt keinen Plan. Wobei ich sehr happy bin. Und wir werden sie jetzt mal damit überraschen. Ich sage ihr, dass sie gleich mal ein Paket aus meinem Auto tragen muss, weil es so schwer ist. Es ist halt wirklich schwer. Und ich habe echt keinen Bock, das zu tragen. Dann fühlt sie sich immer so, als wäre sie so viel stärker als ich. Sie ist auch stärker als ich. Aber ihr wisst, was ich meine. Und währenddessen werde ich dann alle Klamotten in die Zimmer bringen. Und die Kamera dort hinstellen. Und dann werden wir mal gucken, wie sie reagiert. Ich wünsche mir Glück. Mal gucken, ob sie ihr überhaupt gefällt. Weil ich habe echt so Klamotten rausgesucht, die ich mir selber holen würde. Für den Herbst. Ja, genau. Let's do that. Nicht reinkommen! Was hast du gemacht? Nichts! Kannst du euch nicht reinkommen? Äh, weil ich gerade was vorbereitet. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was? Ich habe so ein Riesenpaket im Auto. Kannst du mir das hochtragen? Im Auto? Ja. Danke. Unten liegt der Schlüssel. Was? Unten liegt der Schlüssel. Sie bekommt einen ganz neuen kleinen Schrank. Was ist dein Zimmer jetzt? Junge, der Zimmer sieht so unordentlich aus. Du bist in Koma. Fuck. Zwei Klack zu. Alter, Jesus. Du bist in Koma. 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 Ja, das war's. Hallo? 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 Nein? BOOM! Du bist ein Ob! Hier kommst du? Essen? Essen? Was essen? Komm jetzt! Komm jetzt! Doch, komm jetzt! Dann stelle ich halt in meinem Zimmer. Was schläfst du? Ich habe meine Schuhe geklaut. Welche? Birkenstoff. Nein, du hast ja auch in meinem Zimmer gelassen. Mach das! Die wurden aufgeruckt. Jetzt sieht man aus, kriege ich 11. Was für eins? Was für eins? Was ist das? Hä? Was ist das? Ah, du hast eine Schuhe geholt. Boah, ist ja auch immer Zeitkind. Wie frech du bist! Oh, du hast mir zugehört, als ich geredet habe. Schaut mal, Leute, wie frech die ist. Wow, so sieht Dankbarkeit aus, Leute! Nicht! Hallo? Was drehen wir jetzt für ein Video? Ich schenke dir Klamotten. Die Klamotten? Das alles. Ach, das nächste ist oben? Nee. Aber ich will nicht in meinem Zimmer drehen. Nee, wir drehen oben, aber... Hä? Das alles hier... Ich verstehe dich nicht. Ja, du sollst dir das alles anschauen. Ich habe mir überlegt... Uh! Ich habe mir überlegt, da du wenige Herbstklamotten hast, gibst du mir ein Kleid. Jetzt stock ich dich einfach mal ab mit neuen Klamotten. Ach so, du stockst mich, also hä? Ich sag dir doch eh alles. Kannst du dich mal freuen? Was ist denn mit dir? Meine Ex-Emotionen kommen nicht so raus, aber ich freue mich wirklich, weil... Was ist das? Das sind so Sandi Blätten oder so. Vor der Herbst, ne? Dich raus mit Socken. Du hast gesagt, du hast keine High Heels. Wann ist das nächste Gewinnspiel? Oh ja! Hey, du hast gesagt... Guck mal, ich habe hier vorher die guten Sachen rausgeholt. Damit... Okay, das... Hast du dir mal die Schuhe angeschaut, die weißen? Die da? Ja. Ja, die sind echt... Die sind krank, ne? Weil ich wollte auch weiße Schuhe haben, aber so nicht diese Standard-Schuhe. Aber die sind... Mach nochmal! Mach nochmal! Das da feiere ich. Wie soll ich das anziehen? Du kannst es... Ich habe es extra groß geholt. Du kannst entweder eine Strumpfhose anziehen, das soll jetzt Kleid anziehen oder einfach so reinstecken mit einer Jeans oder einer Lederhose oder so. Aber das stylen wir einfach mal gleich. Oder einfach so im Kunstunterricht. Cool. Hä? Nochmal. Du hast mir eine Tasche geholt! Das ist so ein Auffach. Oh mein Gott! Habe ich nicht gerade gesagt? Das ist gar nicht gestellt gerade gewesen, weil du ja das gerade schon gesagt hast, aber ich wollte es unbedingt auf der Kamera haben. Du hast mir eine Tasche geholt! Wie findest du die? Geil! Endlich mal! Finde ich auch. Weißt du, da ist auch nicht so ein fett Designer. Ja, nicht so halt. Also... Ich habe übrigens so ein hartes Loch in meinem Schritt, Leute. Ich habe mir so viel vorhin gesagt und dann war ich so, ah, deswegen ist da unten so luftig. Luftig, frisch. Ohohoho! Sieht das gut aus? Komm mal raus! Krass! Sieht das gut aus? Ja! Ja? Ja! Nee! Doch! Sieht cute aus! Aber ich würde zum Beispiel einen Top drunter anziehen. Ja! Und dann das, ne? Ja! Aber zeig mal so! Dein Outfit! Irgendwie das ist ein bisschen... Caro! Hol mir mal ein richtiges Top dafür! Nein! Wir arbeiten jetzt mit dem, was wir haben. Aber man sieht gar nicht meine Schuhe. Die ganzen Teile sind von Boohoo. Zum Glück konnte ich mir die rausholen, sonst wäre ich arm. Übrigens finde ich die alle so schön, dass ich die auch anziehen will. Hol mir mal richtig das Oberteil für Caro. Ey, das sieht aber schon von der Seite fresh aus. Ey, ich finde das richtig geil. Vor allem, weißt du was auch cool ist, wenn du es einfach so zuknöpfst und runter nur so ein Bralette anhast oder so. Muss halt gucken. Sonst zieht man dann halt nicht in die Schule an. Aber... Weißt du was? Wohin? Weiß nicht so, wenn du mit deinen Freunden raus gehst, essen gehst oder so ein Date hast. Wenn du ein Date mal hast. Ich finde die Schuhe sind auch so geil. Ich brauche die unbedingt auch. Die sind richtig geil. Die Schuhe brauche ich unbedingt auch. Du hast schon welches. Ich helfe auch. Ja, still. Trotzdem, ich brauche die auch unbedingt. Zeig denen mal. Mach mal deine Füße hoch. Oh, die sind so heftig. Die sind so schön. Piersi, ja. Was soll ich jetzt anziehen mit diesen anderen? Tja, Dolla. Musst du dir jetzt mal überlegen. Sag doch. Caro, hilf mir doch. Nein! Du überlegst jetzt mal selber. Wir machen jetzt eine Styling Session. Oh, ich kann das gar nicht. Huh. Ich habe auch gar keine Jeans hier. Äh. Ja, dieser Body ist auf jeden Fall sehr hoch geschnitten. Das ist extra so. Also ich höre ihn auch noch nicht richtig an. Wenn ich ihn richtig anhätte, dann soll ich ihn richtig anziehen. Nein, ich will es lassen. Alles gut. Dann träum ich eine High Waisted Hose dazu, oder? Ja. Aber ich finde den geil. Ich finde den auch geil. Aber ich weiß, magst du das mit diesen Cutouts hier? Ja. Du nicht? Sexy aus, ne? Sexy, sexy. Magst du es nicht? Doch. Aber ich finde, ich mag den tollen Düster. Vor allem jetzt sehe ich von hinten aus. Was ist das? Ne, weil es so hängt, weiß ich nicht. Upsi. Aber cute. Ja. Den habe ich in drei Farben bestellt. Den oder vielleicht sind die anderen sogar ein bisschen tiefer geschnitten. Aber ich finde so basic Rollkragenteile. Ja, das meinte ich ja. Das feiere ich. Ja, die sind so geil für den Herbst und für den Winter. Ja. Ich bin auch so eine Frostbeule. Ich friere instant. Deswegen dachte ich mir, dass es für dich auch funktioniert. Ja. Passt das mit der Hose? Ja. Sieht richtig gut aus. Soll ich jetzt mal die schwarzen Schuhe anziehen? Ne, zieh mal das weiße Kleid an. Hammer. Mhm. Caro? Ja? Ich brauche auch eine Unterhose von dir. Warum? Ich trage eine schwarze. Dann zieh die einfach aus. Ich trage eine. Hallo? Geh mal da hin. In die Kamera. Ich trage eine. Zieh mal die Schuhe dazu an. Was denn? Zieh die Schuhe dazu an. Also die Adiletten? Nee. Oh nee, ich gehe da jetzt barfuß rein. Doch! Und du ziehst auch den Mantel dazu an. Was? Welchen? Wie hast du die Schuhe an? Die Frage ist, warum hast du keine an? Nee, wie ist denn nicht meine Schuhe? Zeig jetzt! Wie hast du die Schuhe an? Ich geh gar gar weiter! Okay, wie fühlst du dich in dem Outfit? Also die Schuhe, miserabel. Wirklich? Aber jetzt muss sie sich einfach mal richtig anziehen. Sie sind schön, aber sie sind nicht für mich gemacht. Das ist nicht meins. Warum? Das ist so 100% du, aber das ist nicht für dich. Das ist viel zu tief für mich. Ja, sorry. Und dein Niveau ist höher. Aber nur auf zwei Schuhen. Sonst ganz weit unten. Ah! Okay, kann ich aus? So. Wie findest du den? Ich glaube, du musst unter das Kleid einen neuen BH anziehen. Oder so ein nudes Unterkleid. Weißt du? Aber an sich find ich das Kleid richtig geil. Ich mag das auch. Richtig schön. Zeig mal der Booty. Wie sieht der Booty aus? Oh, looking cute! Das Kleid mag ich. Was ist mit dem Mantel? Der Mantel. Irgendwie geil. Irgendwie steht der mir. Ich find den cool. Darf ich mal in den Spiegel gucken? Na klar. Keine konstruktive Kritik. Aber ich fühl mich da so wie eine 20-Jährige auf zwei Speckelschuhen. Die versucht eine Mutter zu sein. Also ganz ehrlich. Eine Mutter? Ja, wie bei Gossip Girl so. Hä? Ich fühl dich nicht. Willst du es anlassen? Ja, aber das ist irgendwie der Mantel. Der hat mich noch nicht gecatcht. Mich schon. Ich hätte absolut gecatcht. Ich fänd irgendwie so einen schwarzen Schwöner. Ja. Und die Schuhe gibt's. Du musst die halt auch mal richtig anziehen. Du hast die halt auch angezogen wie so eine Mädel. Wie sieht das aus? Caro. Auch cool. Ja? Ja. Ich liebe so Hemden. Weißt du? Man kann so viel mehr machen. Du kannst sie einfach so. Du kannst sie auch irgendwie so rollen oder. Ja. Man braucht extrem viel Auswahl. Ich mag das so voll, dass sie hier unten so ausgefranst ist. Ja. Das sieht so nicht so streberhaft aus. Weißt du? Kann man so rausgehen? Was? Kann man so rausgehen? Ja, auf jeden Fall. Nur die Schuhe halt wie gesagt vielleicht mal richtig anziehen. Halt die Wurst. Boah, der sieht geil aus. Ja, gell? Ja. Der ist schön. Vor allem. Ich trage einen weißen BH. Man sieht nichts. Sieht man nicht eigentlich. Mach mal das denn. Die trage ich aber drinnen, oder? Zeig mal. Je nachdem was du wie du anhast. Sieht geil aus. Ja? Ja. Finde ich auch. Ich bin voll süß. Ich wollte schon immer so Ketten haben. Aber wenn du halt den Oberteil anhastest, dass du ein bisschen mehr Ausschnitt hast. Ja, ja dann. Mucho better. Okidoki. Was kommt noch? Der Pulli. Kannst du drüber anziehen. Den feier ich. Ja? Ja. Women's Power First, Alter. Aber die sieht geil aus. Ja. Und den kann man... Ich finde das ist so... Der ist nicht zu... Ich mag dieses Grau. Mhm. Sein. Weil das ist nicht dieses... Dunkle Grau. Dunkle, aber auch nicht dieses ganz helle, sondern dieses... Mittelding. Was machst du da? Sein Gesicht weg, damit man die Farbe sieht. Es sieht so... So. Weißt du? Ja. Jetzt zieh mal den weißen Mantel drüber an. Überall das. Ja. Ey, die Schuhe habe ich noch nicht angehabt. Zieh die mal mit dem Mantel an. Und den... Und den Schuhen. Ok. Alter. Caro. Hm? Ich krieg dir Schuhe nicht zu. Warum? Weil meine Waage zu fett ist. Ha. 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 Sind die bequem, die Schuhe? Ja, richtig. Oh, voll gut. Also nicht, dass ich so... Passt die Größe? Wie bei den anderen. Passt die Größe? Ja. Ok. Dieser Pudel. Hör auf, diesen Mantel zu beleidigen. Ich finde den so geil. Puff. Ich glaub... Pfff. Iiiiih, so spuckst du dir in, Doja. Guck mal, das Haar war in meinem Mund. Ja, das ist dein Haar. Das war ein Hundehaar. Du bist ein Hund. Hundehaar. Ja. Sie ist auch wie... Wie die Jogginghose zerstört das ein bisschen. In der Leggings würde das voll klar gehen, finde ich. Irgendwie... Ich find auch die Schuhe... Der Mantel ist so groß wie ich. Geh mal weg. So Leute, so seh ich aus. Caro. Hm? Diese Mantel zieh du mal an. So ein Muskelkater. Oh. Ja. Hör auf zu weinen. Also ich find den geil. Sogar Taschen. Der ist voll dabei. Was ist mit dir? Was kommt noch? Ah. Die Tasche. Aber ich find die echt sauschön. Die mag ich auch. Vielleicht zeig sie grad nicht von ihrer Schokoladenseite. Du hast vielleicht auch mal aufgepackt. Ah. Okay. Wäre auch cool als Schultasche finde ich. Ja, damit sie wieder kaputt geht. Äh. Wieso? Ja. Die ist gut. Groß. Zum Mitnehmen. Ja. Aber die kann ich doch mit fast allem anziehen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Sogar mit Jeans und so. All black. White. Alles. Oh, die ist echt groß. Also würde ich da jetzt Wasserflaschen reinmachen, Ben? Acht Schorn drin. Baba. Immer wenn die Vicky kommt. Immer wenn da Baba kommt. So Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, du hast dich gefreut. Aber richtig. Sehr schön. Auch wenn ich sie's immer zeigen kann. Ich freu mich. Aber Emotionen schwer. Zupfst du eigentlich deinen Damenbart? Ich wachs den. Hm. Wird mal wieder Zeit. Ich überlegst du gerade was? Dann wieder zurückkommt. Hahaha. Ja. Genau. Für alle, die auch Gefallen gefunden haben an manchen Teilen. Hier gibt's einen Code, den ihr sehr gerne benutzen könnt. Alle Teile werde ich euch unten verlinken. Jetzt könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben. Meinen Kanal abonnieren. Uns auf Instagram folgen. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Bye. Das Outro machte ich jetzt nicht, weil ich noch nichts gewonnen habe. Oh. Ist nicht schlimm. Ist dein Haar am Satz eigentlich ein bisschen verschoben geworden. Weil der fängt irgendwie so da an. Wow. Wow, du bist ein Opfer. Gib einfach mal zu, dass ich diesmal die Diskussion den Dings gewonnen habe. Haha. Huuu!